Ich wollte unbedingt den Krankenwagen da einholen. Sie wollte mich nicht mitnehmen. Meine Freundin ist kurz vor der Entbindung. Was sind Ihre Bestzeit auf 100 Meter? 10,93. Schon mal drüber nachgedacht, bei uns anzufangen? Ich werde Fußballer. Wir wollen hier nur 90 Spieler haben! Wir brauchen solche Männer wie Sie. Weißt du auch, wie das ist, wenn du jederzeit zu Freiwild werden kannst? Glauben Sie, dass es schadet? Das ist eine Kampagne gegen den Hass. Deutschland ist auf dem rechten Auge geblendet. Ich bin kein Ausländer. Ich bin Deutscher. Wenn du am Ende der Nahrungskette stehst, da bleibt dir nichts anderes übrig, als zu kämpfen. Ich muss hier weg. Vielleicht könntest du mir helfen, Papiere für den Kongo zu besorgen.